Wir hatten in den letzten Wochen oft das Thema Toleranz. Toleranz gegenüber Metalcore, Toleranz gegenüber Metalheads in der Öffentlichkeit und Toleranz gegenüber Lars Ulrich. Aber scheinbar ist der Metalhead eher Täter als Opfer. Ich finde es cool, dass du so eng mit deinen treuen Fans zusammenarbeitest. Ich schätze die persönliche Note. So ist Metal. Aber ich muss sagen, das macht doch wirklich Spaß, also mehr als irgendwas einfach so in den Ohrkuss zu pusten. Ich habe ja nicht schlecht gestaunt, als ich euch auf Facebook gefragt habe, zu welchem Thema ihr mal ein Video von mir haben wollt. Das machen wir jetzt übrigens öfter, würde ich sagen, oder? Denn bei der finalen Abstimmung haben innerhalb von drei Stunden fast 700 Leute für Doppelmoral im Metal gestimmt. Da herrscht scheinbar arger Gesprächsbedarf, meine Lieben. Was ist denn eigentlich Doppelmoral? Und wie jeder gute Student, frage ich jetzt Wikipedia. Als Doppelmoral wird ein Normensystem bezeichnet, das gleiches Verhalten ethisch unterschiedlich bewertet, je nachdem welcher Personengruppe die ausführende Person oder die betroffenen Personen angehören, oder je nachdem, ob diese sich in einem öffentlichen oder einer privaten Situation innerhalb oder außerhalb einer Sozialgemeinschaft befinden, ohne dass dafür ein sachlicher Grund vorhanden wäre. Also sprich, was man selber oder die Leute, die man cool findet, tut, das ist okay. Aber wenn das andere machen, bäh, bäh. Gibt es eigentlich nur ein Beispiel, oder? Toleranz von Außenstehenden einfordert, aber nicht tolerant gegenüber einigen Bands und Subgenres sein. Stopp, 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 jetzt sind wir mal nicht so schnell. Ich habe noch ein paar Bemerkungen mehr anzubringen. Tatsächlich gibt es nämlich einige Dinge, bei denen sich viele von uns mal an die eigene Nase fassen sollten. Ich aber auch. Ich versuche mich zu bessern. Denn bekanntlicherweise ist der erste Schritt zur Weisheit das Eingestehen seiner eigenen Fehler. Fangen wir doch erst einmal ganz allgemein mit der Szene an sich an. Doppelmoral beginnt bei den Fans an sich. Wir sind eine große Familie, wo jeder gleich ist und alle zusammenhalten. Doch dann beginnt es mit dem üblichen Genre-Krieg. Der eine mag nicht, dass du keine Kutte hast. Ohne lange Haare bist du kein Metalhead. Was, du hörst Deathcore. Du bist untrue. Bla, bla, bla. Meist wird sich über nichts und wieder nichts gestritten. Es ist einfach nur traurig, wie sich die Szene entwickelt, welche sich häufig als überlegen ansieht durch ihre eigene Moral. Wichtig, bevor wir das jetzt hier besprechen. Es geht hier nur um allgemein gefühlte Trends. Hier wird niemand unter Generalverdacht gestellt, weil das wäre ja schon wieder falsch. Ich erwähne das hier vor allen Dingen, weil ich denke, dass viele von diesen Problemen euch auch schon mal aufgefallen sind. Und tatsächlich habe ich ja für jeden dieser Punkte, den ich mir selber schon mal aufgeschrieben habe, auch von euch Bestätigung erhalten in den Kommentaren. Also wird ja irgendwie was dran sein. Links, pfui, rechts, irgendwie spannend. Politik, nein danke. In der Metal-Community wird man teilweise dafür fertig gemacht, dass man links ist. Innerhalb der Szene wird immer Offenheit und Toleranz propagiert. Aber wehe, man steht auch politisch außerhalb der Subkultur Metal dafür. Das Thema Politik in Metal ist ein absolutes No-Go. Metal ist unpolitisch, schreien die einen. Diese scheiß links-grün-versifften Black-Metal-Hipster schreien die anderen. Nergal von Behemoth ist irgendwie mit Graveland befreundet und trotzdem der angesagteste Black-Metal-Hipster. Vark-Fans gegen Nazis, aber alle hassen Vark, weil Freki mal auf einem Bild ein Absurd-T-Shirt anhatte. Hauptsache es existiert kein Bild von dir, wie du den Hitlergruß machst. Achso, außer du bist Phil Anselmo, dann geht das glaube ich, oder? Zwei Dinge sind meiner Meinung nach überhaupt nicht in Ordnung. Wenn man sich aufgrund von einer modischen Gesinnung entschließt, eine politische Meinung zu haben, oder wenn man eine ganz spezielle politische Meinung hat, aber dann sagt, okay, diese Band oder diese Person, die ist rechts, aber das ist in dem Fall ganz okay, weil es ist ja die und die Band oder die und die Person. Oder ist das dann wieder okay, wenn die Band an sich zwar rechts ist, aber die Musik und die Texte, die sie machen, nicht. Manchmal reicht es auch einfach nur rechts zu sein, egal wie scheiße deine Musik ist und du hast finanziell trotzdem ausgesorgt. Und am besten, du hast noch irgendjemanden umgebracht. Das ist dann auch überhaupt nicht mehr so schlimm irgendwie. Werdet ihr euch vielleicht so langsam mal klar, was okay ist und was nicht? Christentum vernichten, Islam eher nicht so? Kann man es auch als Doppelmoral bezeichnen, gläubiger Christ zu sein und trotzdem Black und Death Metal zu hören? Das trifft nämlich auf mich zu. Mal ganz ehrlich, ihr kritisiert das Christentum doch nur, weil sich keiner dagegen wehrt. Das Christentum ist doch derartig zurechtgeschliffen, dass sich überhaupt kein Nord- oder Mitteleuropäer überhaupt irgendwelche Gedanken über das Christentum machen müsste. Oder werdet ihr von christlichen Kirchen unter Repressalien gesetzt? Auf der anderen Seite regen sich dann alle wieder drüber auf, wenn dann irgendjemand den Islam dann wirklich mal kritisiert. Ein Aufschrei geht durch die Gesellschaft. Wo liegt denn da jetzt bitte der Unterschied? Und warum ist es eigentlich okay, Satanist zu sein? Weil wenn man Satanist ist, dann erkennt man ja eine Gottheit an. Das heißt, man bekennt sich ja zu diesem ganzen Brimborium. Um, Underground hui, aber dann vielleicht doch lieber beim Major zum Ramschpreis einkaufen. Oh, diese Band ist toll. Wehe, sie werden jemals erfolgreich und machen Geld mit ihrer Musik, dann kann ich sie nicht mehr mögen. Ich hab's ja schon oft erwähnt. Ihr fordert Underground, ihr fordert Festivals ohne Mainstream-Bands und geht dann einfach nicht hin. Ihr kauft nicht ihr Merch, ihr kauft nicht ihre CDs und dann wundert ihr euch, wenn die Band dann noch ein paar Jahre sagt, okay, wir sind jetzt finanziell völlig am Ende, wir müssen jetzt aufhören. Dann werden die ja noch mit Dreck beworfen. Wie sein kann, dass die ihr den Underground verraten und aufhören. Ihr verratet den Underground. Und so weiter und so fort, ihr seid doch selbst schuld. Drogensüchtiger als Vorbilder, aber Drogen, nein, danke. Verpönt, ob zu Recht oder zu Unrecht, sind im Metal synthetische Drogen. Dennoch finden sich viele Anhänger von Bands, allen voran Motorhead. Alleine der Name drückt den Fable von Lemmy für Speed aus, die den dazugehörigen Lifestyle verehren, auch dann eben ihre Abneigung für Rauschmittel, sagen wir nicht direkt aus dem Schoße Mutter Natur, deutlich machen. Ich glaube, ich habe euch spätestens bei Rocklegenden und wie sie starben vor ungefähr einem Jahr mal so einen deutlichen Einblick darüber gegeben, wie es denn um den Rausch in der Rock- und Metal-Szene bestellt ist. Ich verstehe immer nicht so recht, wie wir auf der einen Seite die Nase rümpfen können und sagen können, ja, wir sind ja viel besser als andere Genres, die, äh, ja, synthetische Drogen, damit haben wir nichts am Hut. Aber auf der anderen Seite ist Lemmy für uns eine Legende, der kein Hehl daraus gemacht hat, dass er ein großer Fan von Speed war. Und mal ganz ehrlich, ist exzessiver Alkoholkonsum eigentlich besser für euch? Toleranz fordern, aber keine Toleranz aufbringen können? Wo ich viel Doppelmoral finde? Bei den Leuten, die behaupten, es gäbe außer Metal nur Scheißmusik, aber dann heulen, wenn man sie wegen ihrer Musik angreift. Mir fällt ganz klar Vag ein. Klar hat Freki mal einen Fehler gemacht, hat aber dazu gestanden und seitdem engagiert sich die Band für Toleranz und gegen Rassismus. Was ich als Fan toll finde, die Doppelmoral, auf die ich treffe, ist, dass gerade Onkels und Freiwild-Fans das einem vorhalten, wenn man sich über Musik unterhält. Wenn man sie jedoch mit den Vorwürfen gegenüber ihrer Band konfrontiert, ist das alles Medienhetze und O-Ton, die linksgrün versiffte Angst vor Bands, die deutsch singen, Toleranz einfordern und dazu über den Tellerrand hinausschauen, aber sich dem, wenn es nicht um die eigene Band geht, vollkommen zu verschließen. Ich als Chorspasti muss sagen, dass mir Metal von vielen truen EMP-Klischee-Mettlern kaputt gemacht worden ist. Sich auf jedem Konzert Sprüche wegen der Frisur anhören müssen oder für das Bandshirt, das man trägt, finde ich unter aller Sau. Ich höre so ziemlich alles von Metal-Klassikern über Chors, das alles bei und begrenzt nicht nur auf das Genre Metal. Sich das von irgendwelchen Idioten anhören müssen, du darfst hier nicht so rein, finde ich ätzend. Mittlerweile gehe ich lieber auf Rap-Konzerte, da ist die Stimmung galer und es ist scheißegal, wie du aussiehst. Ich verstehe das sehr gut, man liebt ja den Metal, eben weil er sich gegen den Mainstream auflehnt. Aber bitte hört doch dann auf, euch zu beklagen, wenn das dem Mainstream dann nicht gefällt. Ich meine, wenn jemand was gegen dich hat, dann hast du doch auch was gegen ihn. Außer du bist Jesus. Wie, RTL interessiert sich für Wacken? Dann lass doch mal das renommierteste Metal-Festival der Welt als Un-Metal deklarieren. Aber es geht ja auch weiter, sogar innerhalb der Szene. Doppelmoral sieht man doch sehr oft bei den Jüngeren in der Szene. Die Toleranz wird das eigene Äußere wollen, aber Kleidung aus anderen Szenen nicht tolerieren. Die Die-Hard-Metal-Heads, die nur ihr Genre und darin auch nur die True-Bands akzeptieren, strotzen genauso vor Doppelmoral. Im Metal gibt es eine große Doppelmoral gegenüber Einsteiger, besonders im Internet. Ältere Metal-Heads freuen sich, wenn neue Leute den Metal finden, aber zu hacken im Internet sofort Bands, mit denen die neuen einsteigen. Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid in dieser Lage. Ihr seid neu in der Metal-Community und unterhaltet euch mit den alten Hasen. Irgendwann kommt ihr auf das Thema, welche Bands hörst du so. Dadurch, dass du ein Neuling bist, sagst du, dass du frisch eingestiegen bist und zum Beispiel besonders gern Metallica hörst. Und dieser Ältere fängt an dich als Poser und ganz andere Dinge zu beschimpfen. Hättest du dann Lust, weiter in dieser Community unterwegs zu sein? Ich glaube nicht. Ich muss ja sagen, in meinen frühen Metal-Jahren war ich ja auch ein bisschen elitär. Aber warum? Weil man sich den Alten irgendwie beweisen musste. Man musste ja irgendwie Respekt und Akzeptanz einfordern. Weil man ja eben kein Poser sein wollte. Und was dazu eben führte, dass man eben sich genau wie einer verhalten hat. In dem Sinne. Man wird zum Arschloch, weil man dazugehören und respektiert werden will. Das ist eigentlich völlig widersinnig, oder? Das neue Album klingt wie immer so ne Scheiße. Das neue Album klingt anders so ne Scheiße. Ich empfinde das meistens so. Eine Band bringt ein neues Album raus. Klingt es so wie die Alben davor, wird sich beschwert, dass sich alles gleich anhört. Klingt es nicht wie die Alben davor, sondern komplett neu, wird sich beschwert, weil es sich nicht mehr nach der Band anhört. Ich glaube, egal was man macht, das neue Album wird immer zerrissen werden. Und das Demotape damals, das war sowieso das Beste. Ja, da kommt ja gar nichts mehr ran. Die konnten das Instrument zwar noch nicht richtig rumhalten, aber es war das Beste. Böse wirken wollen. Aber Katzen, Haarpflegeprodukte und Liebeslieder. Wenn man überall sich als dunkelnd böse darstellt und sich dann beschwert, dass man immer nur als dunkelnd böse dargestellt wird. Lass es uns doch einfach mal so formulieren, meine Lieben, mit Metal. Eigentlich sind wir sehr empfindsame Menschen und deswegen hören wir Metal. Diese Musik appelliert einfach an sehr starke Emotionalität. Wir sind nicht böser als sonst wer. Und wenn wir es versuchen, sind wir meistens unfreiwillig niedlich. Außer du bringst jemanden um und du hast eine Metal-Band, dann bist du nicht nur böse, sondern auch reich. Jede Band ist einfach mal ultra-underground, damit sie irgendwann richtig viel Geld verdienen kann. Als Doppelmoral sehe ich es an, wenn Bands ihren Stil verändern und weiterentwickeln, um die Fanbase zu erweitern und auch mehr Einnahmen zu erzielen. Aber sich immer noch auf ihren alten guten Ruf und ihre Wurzeln beziehen. Mir fällt Megaherz ein, die sich damit brüsten, zu den Begründern der neuen deutschen Härte zu gehören und mittlerweile mit unheilig Toten und auch aus der Sparte neue deutsche Härte selber raus wollen. Doppelmoral finde ich im Allgemeinen einfach kacke. Im Metal fällt mir da spontan ein, dass es durchaus Bands gibt, die dem Mainstream, also die eintönige, weichgespülte Pop-Scheiße, die im Radio dudelt, Kommerz vorwerfen bzw. diesen vorurteilen und selbst ihren eigenen Stil immer mehr dem Mainstream anpassen, um noch ein bisschen mehr Kohle rauszuholen. Ich habe kein Problem damit, wenn sich Bands weiterentwickeln. Das tun alle Menschen. Aber dann sollte man vorher nicht die großen Sprüche klopfen. Ich bin es langsam leid, dass die meisten Bands, selbst wenn sie sehr erfolgreich sind, auf Underground tun müssen, um überhaupt irgendwie Geld zu verdienen. Die Frage ist natürlich, ob das Problem jetzt die Bands sind, die das tun wollen, oder die Fans, die sie dazu zwingen, sich so zu verstellen. Wir wünschen ja jeder Band, dass sie von dem Scheiß leben kann, damit sie endlich mal davon was haben, dass sie diese tolle Musik zu uns bringen. Auf der anderen Seite hassen wir sie, sobald sie das können. Das ist doch völlig absurd. Homophob in einer männerdominierten Gesellschaft. Ein Beispiel wäre auch die angebliche Toleranz, dass ja jeder willkommen sei und es um die Musik gehe, auch bei Homosexualität, Lästern und Angst um den Po haben, von Transgender ganz zu schweigen. Leider. Mal ganz ehrlich, Hair Metal, Manowar, Brotherhood. Ich verstehe so den Maßstab nicht so ganz, ne? Ich meine, in dieser Szene ist ja schon eine so starke männliche Erotik drin. Ich äußere jetzt einfach keine Thesen, okay? Tja, das war dann ja doch eine ganze Menge, die irgendwie nicht so richtig funktioniert. Was meinst du, belügen wir uns als Metalheads, als Gemeinschaft, als ganze Szene irgendwie selber? Wo gibt es denn noch andere Doppelmoral im Metal als die, die wir jetzt schon gefunden haben? Und was hältst du denn eigentlich jetzt von dem Video und den Punkten, die ich angesprochen habe? Bist du jetzt provoziert? Provoziere ich dich, weil ich kein schwarzes T-Shirt gerade anhabe? Obwohl das T-Shirt von einer Black-Metal-Band ist? Was können wir eigentlich gegen diese Doppelmoral und diesen ganzen Schwachsinn tun? Wenn du das Thema wichtig findest oder das Video vielleicht auch gelungen, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr freuen. Und wenn du mehr zum Thema Metal haben möchtest, dann abonniere doch meinen Channel. Würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn du mitbestimmen willst, wo es denn hingeht mit diesem Channel und mit den Videos in nächster Zeit, wie gesagt, ich möchte das ein bisschen mehr an eure Hände geben jetzt in Zukunft. Deswegen schau doch auf meiner Facebook-Seite vorbei und gib dem da auch irgendwie so ein bisschen einen Daumen nach oben. Und dann kannst du vielleicht in Zukunft auch in diesem Video landen. Also nicht in diesem, weil das ist ja vorbei, aber in den nächsten vielleicht mit deinen Kommentaren, wie diese anderen tollen Menschen, die hier geschrieben haben. Vielen Dank dafür nochmal. Ich liebe euch alle. Ja, bis zum Donnerstag würde ich sagen. Tschüssi Kowski. Und versucht da mal ein bisschen so über Doppelmoral da unten zu reden. Das ist nämlich, das ist eigentlich ein ziemlich arges Thema, wie ich jetzt so beim Skriptschreiben festgestellt habe. Also Tschüssi Kowski und bis denn.